und willkommen zu part 4 das letzte mal habe ich schon viel fertig gemacht genau man kann jetzt da lang warum ist eine kleine tür für den aufbau eigentlich ich kann mich dann nach oben katapultieren oh es lädt hier ich schaue nochmal da vorne kommen ja die ganzen pflanzen oder ja wie sehe ich aus der tür gekommen von dem aufbau ich meine offensichtlich ja ja ich dachte also was muss ich dort haben gott ok gut hätte das geklärt meine verwirrung das ist schon doch cool muss ich sagen gefällt mir ok hat der schon auch schon probleme ich habe mich getroffen ok ich darf schon ausgewiesen wie wählst du noch aus gut die sache hat mir geklärt ich habe mich nicht mehr cool dann könnte ich jetzt da oben lang war das wieder oben oder war es ein zweiter ich sage es war der von oben ich will es echt nicht da raus finden wo wir schon mal hin karte überhaupt bloß jawohl ok ich bin auf dem richtigen weg auf geht's es ist allerdings schon zwei wochen her ich weiß ich habe jetzt mal die tür geöffnet kann ich hier hoch leider nicht eigentlich schade ich würde auch noch oben gucken ok da ist zu ah hier ist es noch unten geklappt ok deswegen ach ich muss ja da rein das gleiche ich keine super raketen habe oh ich habe keine gibt es nur diesen weg irgendwann habe ich super raketen und dann ich wünsche ich die tür öffnen Moment mal irgendwie bin ich falsch oder karte wie komm ich zurück ich bin eine verwirrte also ich bin ja falsch das kann schon festhalten ich komme nicht rein jetzt so dann kann ich hier wieder gehen ach so ich habe mich gerade gewundert warum geht die tür nicht auf äh hätten wir schon nicht rauslaufen oder oh schon ausgewirrten war aber Zufall wir können da nicht stehen haben ok da komme ich nicht zurück dann muss ich wieder zu diesem großen ding muss ich mal sagen ich mag dass Samus alleine drüber klettert ich muss nichts machen einfach nach vorne drücken wenn er lustig muss ich das ganze schöner steuern glaube ich als mit dem steuerkreuz ok das fies wieder da ich lass es in ruhe wer will aufs mault haben wir schon geklärt kann man ja springt ne kann man das ohne Bomben machen ich muss doch rechts laufen oder jetzt ist es links ok ich habe schon eine idee es ist eine zeitverschwendung absolut warum dreht es sich jetzt wo ist es hin ist es tot 3 raketen ok wer stellt mir schon irgendwie färben die den einfach hinter nehmen es funktioniert es geht mir raketen ich wünsche was man sich nicht so aufhören kann ähm über gegner es ist irgendwie jeden mit heute sondern er ist um halb totes oder eine heilungsstation äh achso das wollen wir den Kölbeam hier schneller schießen sagen wir schneller schießen sagen wir sind hockig geht irgendwie auch lustig nein ok jetzt bin ich richtig erst mal heilen hat er bloß acht minuten gedauert oder so mal gucken ob ich das irgendwie zum kürzer schießen wobei ich das auch ungelustig finde es ist ein Abschluss da dunkler ist ne ja wenn immer alle gegner weg wären könnte ich mal probieren das ganze zu fixen ja in den hellenbrechen gehts ja schießen wir die drei gegner von weg ok da kommt noch einer dankeschön ok jetzt müsste man tatsächlich auch irgendwas erkennen können ich weiß nicht warum auf dem Fernsehen ist es echt nicht so dunkel wie in der Aufnahme ich dachte mir ja die dunklen Abstände sind vorbei ich habe den Strom eingeschalten aber ne ähm ich wo muss ich den Weg finden ja super ok ok schauen wir uns mal um ich muss doch irgendwo was sein hier hatte ich einen Tunnel um es zu bedienen ich muss da hoch also ok gut wir haben da hoch müssen ich werde schon den Weg finden hm ja ist das ein Wandsprung oder? ähm kann ich hier rüber? nein dieses Terminal ist schon nervig hier gehts rein oder links? oh ich bin so klug einfach rüberhüpfen als Morphball kann ich nicht bedienen jetzt ok ich dachte das sind alles nur hologramme das sind ja auch hologramme aber warum hast du das jetzt gemacht? hm 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 da fehlt ein Stück auf jeden Fall wo ist mein Müsslcontainer? warum hast du das jetzt getan ich kann das jetzt auch mal bedienen oder? ich kann das jetzt auch mal bedienen oder? hm das will mir doch hier irgendwas sagen das ist ein Riss Moment wenn ich das ja normal mache kann ich das dann wegschießen? das ist jetzt die Frage ohne ich denke das wird so sein das wird doch jetzt nicht umsonst da gezeigt hätte ich schon oben schießen können? vermutlich das ist jetzt umgeklappt das irgendwie cool oder? ich habe noch Morphballbomben ja alles klar das war seltsam ich muss das hinweg schießen ähm 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 gab es nur verschöne von Raketen aber schliebe es die haben es verdient wie schieße ich dann die jetzt schon wieder raus na los komm raus dankeschön ok die schießen wir jetzt noch mal weg die schießen müssen wir jetzt nicht haben das ist natürlich auch schrecklich ich werde es wahrscheinlich schon irgendwann mal so viele brauchen ich schon die vorher besiegt au nein lass mich los ich geh runter von mir normal bin ich so scheiße schwach ok das war nicht gut ich hab hier aufs Maul gekriegt biologische Test Gelände ich würde sagen Test Schlatter gefällt mir immer gar nie er hat irgendeine scheiße abgehen biologisch wir laufen einfach hier hoch hier ist das Ausweichen trotzdem ins Gesicht bekommen komm her er red noch rauf ich kann so keinen Schaden machen komm her komm her komm her komm her komm her komm her ok schnell rüber Ah, ich fall schnell rüber. Okay. Der ist fertig mit Tentageln. Ich muss ihn da irgendwie fertig machen können. Wie gut, alte Pakete. Okay. Boah, ich schaff den Sprung, ich ne gedacht. Äh, ich muss da rein. Wir erwarten schon Bosskampf, oder? Okay. Dann schauen wir doch mal uns hier um. Ah, bewegt sich was. Okay. 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 Ich bin sofort angekrabbt, Schwert. Ich hab schon so schnell gebedacht. Ach, die verlieren erst ihre Flügel. Wie cool war das denn? Äh, muss ich jetzt einfach nur ne gewisse Anzahl fertig machen, oder wie ist das? Okay. Silbenstuhl 10. Sondern Nummer 1. Okay, irgendwo ist ne Angriffspause. Ja, ist ja noch. Ich hab's noch eingelaufen. Okay, die Jungs sind wieder zurück. Ich weiß nicht, ob ich schon angeschießen kann. Okay. Erste Rakete. Aber ich glaub, das ist echt Spindanisier, ne? Das ist verrückt. Ich hab's noch nicht. Nein! Okay, mach auf. Ist kein Warten. Das ist ein Stranger Passkampf. Und hier ist kommen noch ein paar raus. Da ist natürlich schon noch irgendein großes Vieh drin. Okay, ich will sie nicht klein wegmachen. Ich bin dann angekrabbelt. So, jetzt. Rakete. Okay. Ich habe zu viel gewollt. Ich will sie echt loswerden. Ich glaub, es gibt Raketen mehr. Und das ist der Punkt. Nachdem ich mir Raketen bräuchte. Es hat gereicht. Okay. Ich kann nicht einfach mal pissen. Aber ich kann nicht ins Tod. Ist das gut? Okay. Was macht er da? Okay. Some creatures use the powers of others to capture their prey. Watching this disgusting beast, I felt as though it was feeding off my power as well. At the same time, a thought crossed my mind. That howl I heard earlier. Could this creature have been the source? Samus, head to the Biosphere test area in your current sector. There should be some important information about this facility in that exam center. The other members are en route. Quickly, go meet them there. Es ist echt, das weiße Ding wird doch irgendwann groß und mich angreifen, oder? Das wird uns darauf hinauslaufen. Ich würde es töten. Solange man es noch töten kann. So, wie komm ich da rein? Oh. Ist das zu hart? Aber nicht hart genug. Da geht es rein. Ich will jetzt diesen Container. Das ist ein Geek-Container, oder? Bam. Das ist ein Teil davon. Okay, vier Container. Oh, Teile. Das ist ein Herzteil. Ich will gerne hier hinten noch ein bisschen. Aber die weiße Bauchseite. Okay, der ist weg. Ach, den hättest du raus schminken können. Ach, dann kriege ich das jetzt. Ähm, wo oder zurück? Hier ist der Spaschepunkt. Okay, hier muss ich auch die Tür öffnen. Okay, ein bisschen haben wir noch. So. Ich habe gerade nicht so vorgestellt, auf die Karte geachtet. Ich muss... Weiter vor. Irgendwann werde ich die Dinger einsammeln. Ich habe für jeden eine Bombe. Ich habe hier einfach durch. Okay, Wasser. Hättest du schon könnte, es ist gut. Wäre schneller. Wo kommt der her? Lasst mich in Ruhe. Okay, da rein. Na, geht ihm her. Ich laufe einfach mal und schieße wie ein Verrückter. Beste Taktik um hier durchzukommen. Hoffentlich. Ähm, muss ich jetzt drauf schießen? Geh, ich habe irgendwas geöffnet. Ach, da kann ich mich schon dranhängen. Ah, da oben ist noch mehr Tentakel. Läuft es auf Zeit? Schadefragen. Läuft, Samuels, Läuft. Jetzt kannst du eigentlich einen Köpfe, die es gut braucht und es auf Zeit läuft. Ich würde es so machen als Spielentwickler. Schadefragen. Da scheint mir aber nicht so auf die Zölle Weg zu sein. Okay. Okay. Es ist noch da. Okay. Bevor es mich runterwirft. Das hat geklappt. Oder muss ich hier lang? Ich weiß es gerade nicht. Aber was ist los. Ehm. Zeigt mir an, das hier irgendwo was ist. Ich weiß nicht wo ist es. Okay. Wir gucken nach oben. Ach, ich weiß es nicht. Ich werde es irgendwann finden. Lauf ich schon mal. Ah, hier ist noch mehr Wasser. Okay. Am besten gerne ins Wasser reinfallen. Das hilft doch bis jetzt ganz gut. Ah, da ist ein Fisch. Okay, leben kriegen die mich nie. Ich meine, das habe ich auch nicht vor, aber ich würde es nur gesagt haben. Äh, oben ist die Tür. Man ist so lang, das ist ja furchtbar. Kann ich mal kurz die Karte checken? Ich muss da lang. Wo muss ich die Fosche benutzen? Kann ich die Fosche benutzen? Äh, ich werde da bestimmt rüber springen müssen. Nein, ich wollte nur gucken. So. Ah. Ah, das ist für den Quälderbeam. Garantiert. Ich will nicht schon runterlaufen, aber schluss gucken. Das ist garantiert der Quälderbeam. Ich bin mit zu 100% sicher. Okay, ist nicht der Quälderbeam. Oh. Ähm, und du? Ich habe mich drunter gelassen. Kann ich jetzt mal oben draus springen? Ah, ich habe was abgelassen. Jetzt, jetzt erkenne ich das. Man sieht echt nicht viel mehr. Kann ich mich doch von hier einfach heranspringen? Sieht nicht so aus. Ah. Äh. Davon klappt das recht nicht. Okay, ich brauche dann mindestens ein Double Jump. Glaub ich. Ich habe nicht gesagt, das klappt. Ich kann das mal probieren, du Scheiß. Und jetzt? Ah, da ist noch was. Okay Kann ich da durchwollen? Aha. Ist doch nicht das, was ich wollte. Auch schon eine Rakete mehr. Ich kann davon abspringen. Okay. Wo soll ich das wollen? Ach, warte mal, hier. Okay, es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe es rausgefunden. Okay, aber wie regnet es? Ich wusste den Turm nill auf jeden Fall. Ähm. Ja, es muss ich den Weg überhaupt finden. Hier kann ich auch noch hoch. Der Spur hat nill geklappt. Äh. Lass mal gucken. Er spielt da hoch auf jeden Fall. Einfach den Weg zurückverfolgen. Okay, ich muss bestimmt hier hoch. Das hat nill geklappt. Äh. Nicht ganz. Ah, hier kann ich schon mit dem Morph Bolt rush. Okay. Oh. Ganz vorsichtig. Ja, kommt doch gleich noch mal einer. Hätt ich gedacht. Schwank ist runterzufallen. Da muss ich den ganzen Weg normal machen. Okay, hier kommt so ein Typ. Und er ist weg. Hui. Ich weiß nicht, warum ich mehrere Bomben gelegt habe. Ich habe es einfach. Ach, komm schon. Kann ich nicht bei oben bleiben? Wahrscheinlich nicht. Jetzt haben wir einen Treffer. Okay, ich kann von der Seite treffen. Ich würde ihm gerne mit Raketen drauf schießen. Ah, es klappt nicht. Ich war nicht schnell genug. Ich meine, ich mache sicher Schaden zu. Ja, es war ein Treffer. Treffer. Ich habe gedacht, ich kann aus dem Kopf rumgespringen. Ich würde gar nicht mehr so sterben. Okay, jetzt muss ich hoch. Ich will nur was mal verkehrt lassen. Hm. Das ist ein komischer Gegner, oder? Wenn man nicht genug Raketen ist, ist er auch tot. Jetzt kannst du auch nicht durch. Okay. Hier geht es ja irgendwo noch. Okay. Bestimmt oben, oder? Ähm. Diese Rollbahn. Ich bin schon da hin. Okay. Ist er auf jeden Fall oben. Da bin ich mir schon sehr sicher. Meine Gegner waren die einfach. Okay, da war ein Schalter, den ich treffen muss. Jetzt bin ich zu weit weg, oder was? Naja, ich muss mal da hoch. So, von hier, oder? Ist trotzdem so weit weg. Okay, dann weiß ich nicht. So, Schnee man da oben kann ich speichern. Ich habe gehofft, das er aktivieren zu können. Okay, gut. Äh, der Paul ist doch länger geworden, als ich gedacht. Irgendwie hat ich schon zusammenschneiden. Gut. Dann sag ich schon, bis zum nächsten Mal. Ich bin schon.